Ey Mann, wo lang? Treppe! Ey Mann, wo ist mein Auto? Eww! Wieso springe ich wieder zurück? Du bist behindert! Wieso konnte ich den nicht treffen? Ich habe ihm drei Kugeln in den Rücken gejagt und es hat ihm nichts ausgemacht. Oh, direkt da war einer. Huch! Der andere ist hier. Wo ist der? Oh, okay. Der ist tot. Wusste ich ja nicht. Der ist tot. Der ist tot. Guck mal, wie ich die am Arsch hänge. Oh. Ist da jemand gay? Stay my gay. Oh ja. Bitte. Was? Da war eine Pflanze bei dir? Boah, wie unfair. Von mir also gar nicht. Boah! Steck doch mal, Junge. Ach so, das ist einer von uns. Ich wollte ihm gerade echt einer auf die Fresse hauen. Huch, wer ist denn du? So. Ich dachte, das würde ein Erste-Hilfe-Spray oder... Wer? Ich dachte, das würde ein Erste-Hilfe-Spray geben, aber... Ach so. Ich dachte, du hättest gesagt, der würde ein Erste-Hilfe-Spray geben. Nein. Wäre natürlich schön. Würde es mal mehr solcher Momente geben. Booyah, ja. Wir würden uns voll darum prügeln, wer die meisten Gegner tötet. Ja, ne? Aber mega. Ja. Geh, weg. Meistens bist es zwar du, aber... Erste-Hilfe-Spray! Ja! Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Nee. Aber... Ist schon gut. Hä? Ja, hier. Ach so. Warte, Moment. Ah, da, da, da. Oh, okay. Piers! 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 Piss! But shit, it was 99 Cent. Ja, ja, interessant, diese Pause-Texte. Ich dachte eigentlich kaum auf die... Hallo! Sie verschwanden vor sechs Monaten in Edonia. Nein... Nio Umbrella verfolgt die. Kap'n! Verteil! Hör teil! Mach diese verdammten Biester platt! Nein! Aber diese Biester gehören doch nicht zu Nio am Berg. Umbrella. Doch. Echt? Ja. Das wird jetzt wieder eine schöne Schlammschlacht. Meinst du? Ja. Meinst du? Ich weiß es sogar. Ich habe keine Ahnung, ich habe nur gesehen, dass du gerade an einem Vieh vorbeigerannt bist. Bin ich? Ach ne, das ist eine Pflanze, die sich bewegt. Was für eine Pflanze? Die hier. So, Sniperzeit ist eine schöne Zeit. Ich habe keinen Sniper. Ja, weil ich der Sniper-Fuzzi bin. Ende aus Punkt. Ende aus Mickey-Maus. Wo bist du? Hier unten. Bist du unten? Ich laufe schon mal weiter. Ja, ich gebe von hier oben Rückendeckung. Okay. Ach, da bist du. Alter. Was geht denn hier jetzt schon wieder ab? Spinnenpücher. Achso, ne. Das ist... Die gehören zu uns. Okay. Eww. Was ist das denn für ein Hopper? Brauchst du Hilfe? Nein, aber die sind... Die habe ich ganz vergessen. Die sind ja mega ekelhaft. Boah. Die sehen aus wie Grashüpfer. Das meine ich ja. Was ist das denn für ein ekelhafter Hopper? Du Flopper. Was ist das denn? Ich habe... Oh Gott. Entschuldigung. Oh. Das, das, das Piep... Hast du den geworfen? Ja. Mein Typ ist so behindert einfach. Es gibt nichts behindertes als diesen Wichser. Guck mal. Ich mache das hier, ja? Pass auf. Ich wähle die Granate aus. Will die Granate werfen, auf einmal... Pssst. Bringt er sich das Spray. Das ist so ein behinderter Spasti manchmal, ne? Okay. Jetzt hat er einfach das Spray genommen, obwohl ich die scheiß Granate werfen wollte. Das gibt es doch nicht. So blöd kann man doch nicht sein. Was ist denn das für einer? So ein richtiger Clown aus dem Zirkus oder was? Pssst. Ja, ist doch wahr. Pssst. Ganz ruhig. Oder sieht das hier für dich aus wie ein Erste-Hilfe-Spray? Ganz ruhig. Voll in die Arsch. Ist doch voll für den Arsch, Alter. Ohne Witz. Du, das kotzt mich an. Ja, war jetzt ein Fehler und gut ist... Ist alles gut. Ich will wenigstens nicht abgefuckt. Hm? Bist wenigstens nicht abgefuckt. Ne, das nicht, aber trotzdem. Ich habe jetzt kein Erste-Hilfe-Spray mehr. Das ist dumm. Das ist scheiße. Und dann auch noch... Einfach nur, weil er keine Granate werfen wollte. Keine Sorge, ich bin da und beschütze dich, okay? Wie kommen wir denn hier runter überhaupt? Äh... Äh... Oder müssen wir jetzt die ganze Zeit hier oben bleiben? Ne, äh... Aber... Ne, wir müssen eigentlich schon runter. Aber ich hätte jetzt ehrlich gedacht... Gedacht... Dass du... Ne, hier geht's doch nicht runter. Ne, wir müssen... Wir müssen wohl von hier oben aus, denke ich. Ja. Ah, jetzt müssen wir die kaputt machen, die so rot sind. Das ist der Letzte! Hörst du? Ja. Boah! So. Letzter war meiner. Ich war die letzten drei meine. Ja, ich habe es gesehen. Ja, dankeschön. Ich war ja woanders. Ausnahmsweise bin ich mal... Alter, jetzt lass mich die Kamera drehen. Ich will nicht den Scheiß hier die Kapte angucken. Es ist mir auch gar nicht, ob der wegfliegt. Käpt'n, wir sollten die beiden begleiten. Ohne Hilfe werden sie nicht überleben. Wir rücken ab. Los geht's. Wir springen die Tür auf. Achtung! Naja, macht ihr mal. Wenn ihr Spaß dran habt. Ich hole mir währenddessen das erste Hilfespray, was hier liegt. Wo? Das ist nur Munition. Scheiß drauf. Muni. Muni. Muni, Muni, Muni. Is so funny. In the Richmond's... Sehr gut erkannt. Männer. Ich bin sehr stolz auf euch. Ey, wo bist du? Hier. Was, ich wollte jetzt wieder zurückgehen. Da habe ich jetzt aber auch keinen Bock ziehen zu rennen. Na gut, weiter geht's im Programm. Du siehst doch, wo ich bin, oder nicht? Ja, ich sehe es. Aber ich habe keine Lust hinzurennen. Hä? Und auf einmal stehen wir nicht mehr an der Tür. Ja, standen wir doch. Ja, wir standen an der Tür. Und auf einmal nicht mehr. Oh Gott, ey. Man sollte es ja nur aktivieren, dass wir weitermachen quasi, wenn wir da stehen. Moment. Stopp. Ich will nochmal runter. Geh mal da rechts lang. Wo? Rechts. Jetzt hier runter, oder was? Müssen wir da lang? Nein, wir müssen nicht hoch. Ja, dann geh mal da runter und gucken, ob da was ist. Oder sind wir von da gekommen? Ja, wir sind von da gekommen. Achso. Hey, 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 hey. Oh, die habe ich übersehen, die Kiste. Egal. War wohl nichts Wichtiges drüben. Hey. Hier drüben. Hey. Hier drüben. Pierce. Hier drüben. Hey. Oh, Granatwerfer. Das ist schön, das soll er machen. Ist doch gut, wenn er arbeitet. Und nicht nur Frau rumliegt. Wo er umsetzt. Den Heli runter. Wie ist mir egal. Naja. Falsche Waffe ausgewählt gehabt. Egal. Ha. Ich bringe alles. Ha. Alter. Aber ich würde mich mal heilen, ne? Ja, genau. Der hat doch gar nicht in meine Richtung gezielt. Nee. Achso, das hört man auch daran, dass er brennt. Der hat sich selber verletzt. Blöder Dummkopf. Nein, ich bin den die ganze Zeit am abballern, aber egal. Achso. Und er stürzt ab. Ach nee, doch nicht. Ist egal, lass, 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 lass. Hier ist kein Knapp. Achso. Ich bin doch schon bei dir. Ja, wusste ich nicht. Hättest du mir ruhig eine Tablette geben können. Hab ich gedrückt, aber hat er nicht gemacht. Da waren zwei Grashüpfer hinter mir. Gut. Oh. Ich hab ja keine Tabletten und ich hab auch kein Erste-Hilfe-Spray. Super. Weil man ein Typ ein behinderter Bastard ist. Mal von vorne. Na gut. Der Heli will seine Arbeit beenden. HQ, komm. Hier Alpha. Der Heli greift uns an. Leute, holt den Heli runter. Wie ist mir egal. Hallo. Nein, nein, nein. Warum muss ich jetzt Nachnamen? Warum geht der eigentlich immer auf mich? Ich hab eigentlich gedrückt, aber der macht das nicht. Dann nimm eine in meiner Nähe. Nimm, nimm, nimm. Ja, ich nimm. Wo bist du? Ich kann nicht nehmen. Ich bin voll. Ach so. Kümmer du dich um die Leute, die hier rumlaufen und ich schieße auf den Heli, ja? Ja, gut. Können wir gerne so machen. Mir läuft aber gerade keiner. Dann schieße halt auch auf den Heli. Hab ich. Yay. Es hat geklappt. Ich hatte aber auch geschossen. Es hat geklappt. Nein, hast du nicht. Du bist hingefallen. So ein hässlicher Typ. So ein hässlicher Typ. Ich sagte, unsere Mission ist es, die BOWs zu erledigen. Ja, die BOWs. Ich verfolge die BOW. Ich lasse Eder nicht so davon kommen. Captain, bitte, überlegen Sie sich das. Siehst du, das ist nur dafür da, dass es weitergeht in deinem Spiel und nicht, dass wir direkt an der Tür stehen. Ja, aber trotzdem. Ja, nein. Doch. Ich diskutiere dich. Ich meine das aber ernst. Ach. Bis heute sehr diskutierfreudig. Nein, ich meine das ernst. Nein, ich meine das völlig ernst. Erstmal durchladen hier. Ja, gar nicht. Wir hatten hier jetzt ein Schlangezeichen. Ja. Ich hab schon wieder ein Zeichen gefunden. Ja, aber das war ja jetzt wohl offensichtlicher denn die, oder? Boah, das hatte ich schon. Schade. Diese zählt nicht, hattest du schon. Du wusstest genau, wo das ist. Nein, wusste ich nicht. Mich einfach fünfmal treten muss, bis ich die Kiste treffe, ne? Fünfmal. Traurig. Ja. Sehr sogar. Ah, das ist so ekelhaft, das Vieh. Das ist das Ziel. Verdammt, warum zeigt sich das Ding nicht? Ja, du musst hier runterkommen zu mir, damit es weitergeht. Wo hat das denn gerade durchgeguckt? Das kam eben durch. Die Wand. Ich hab gar nicht gezielt, ne? Ja, ich auch nicht. Warum zielen die? Schockmoment. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kapitel, warten Sie! Was zum Teufel haben Sie sich bei dieser Kamikaze-Aktion gedacht? Das sind meine Männer. Entweder Sie folgen mir oder ich suche mir jemand anderen. Was reden Sie denn da? Wir rücken ab, Soldat. Ihr habt ihn gehört. Abrücken. Piers. Chris. Das ist auch lustig. Die offensichtlichsten Munitionsbehälter lasse ich immer stehen. Und die, die so voll versteckt sind, die nehme ich alle mit. Keaton! Nicht auch noch du! Wo bist denn du? Ich bin weitergegangen. Wieso weiter? Da unten ist eine Tür. Da geht's weiter. Ach, hier der. Den hast du angeguckt gerade, ne? Genau. Gut, das hätte ich vielleicht besser gemacht, aber konntest du ja auch nicht wissen. Und ich auch nicht. Nö, ich hab einfach nicht gedrückt. So wie man das macht. Ja. Sauber! Ja, sauber ist es hier nicht, ne? Sauber sieht's hier echt nicht aus. Ja doch, das geht schon. Sind sie sauber im Ort nicht, ne? Ich konnt gar nichts machen. Wähler schießt noch irgendetwas und alle Männerwände ist nacheinander gefressen. Jele Scheiße. Ich mach jetzt mal Predikten. Es ist okay, Leute. Ist ja voll Selbstmordgefährdung hier bei diesem Team. Hier liegt zu viel Schutt. Captain, ich brauche Hilfe. Captain. 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 Wett, wir sind jetzt getrennt. Vermutlich schon. Ja.